Liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, es freut mich sehr, Sie bei diesem MOOC begrüßen zu dürfen. Ein MOOC, ein sogenannter Massive Open Online Course zum Thema gesellschaftliche Aspekte der Informationstechnologie. Ich möchte jetzt einmal kurz am Anfang erklären, worum geht es hier eigentlich, was ist der Sinn dieses Kurses, wie wird das ausschauen und wie schauen es auch dann die nächsten zehn Wochen wahrscheinlich aus. Erstens, gesellschaftliche Aspekte der Informationstechnologie ist das Thema. Das liegt daran, dass die digitale Gesellschaft immer mehr zunimmt. Der digitale Wandel ist weit schon vollzogen. Digitalität dringt in unseren Alltag ein und als ich die Veranstaltung einer Technischen Universität Graz zum ersten Mal damals noch zusammen mit Professor Maurer abhalten durfte, war das 2007, haben wir zum Beispiel über Weblogs, Web 2.0 und Second Life diskutiert und welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft hat. Begriffe, die heute wie zum Beispiel Weblogs oder Web 2.0 durchaus normal sind und kaum mehr irgendjemand vom Hocker reißen und andererseits Second Life, wo man eigentlich schon gar nicht weiß, existiert das noch und was ist mit dieser virtuellen Welt passiert. Auf der anderen Seite, 2007 ist auch das iPhone auf den Markt gekommen. Ein Gegenstand, ein Smartphone, das also aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken ist und ich rede also jetzt gerade mal über sieben Jahre. Sieben Jahre und vor diesen sieben Jahren haben wir zum Beispiel Datenbrillen als etwas total Futuristisches gehalten. Keine Ahnung gehabt, ob das jemals eine Marktreife erreicht und heute ist es vielleicht schon bald selbstverständlich, dass jemand eine Google Class oder Sonstiges aufhabt. Und mit dieser Anforderung der Technologie, mit diesem unglaublich rasenden Anstieg steigt die Komplexität der Zusammenhänge. Daten werden immer mehr an irgendwelchen Stellen gesammelt, zusammengebracht. Verschiedene Technologien ermöglichen es wieder weitere Dinge zu machen und der Sinn dieses Kurses ist eigentlich, die zwei Seiten zu beleuchten. Es gibt also kein nur Gutes bei Digitalität oder nur Böses bei der Digitalität. Es entsteht eine unglaublich komplexe Welt, in der wir uns heute und auch zukünftig bewegen müssen. Der Sinn ist, darüber nachzudenken, zu reflektieren und vielleicht mit viel offeneren Augen diese Strömungen zu betrachten, und in Zukunft also auch vielleicht eine kritischere Haltung gegenüber neuen Technologien einzunehmen. Ja und dazu möchte ich also vier Beispiele bringen. Ich glaube vier Beispiele, die also heute durchaus schon zum Nachdenken anregen werden, also Gedankenspiele zum Teil, aber zeigen sollen, warum wir von zwei Seiten reden und auch sagen, Digitalität kann weder gut noch böse Auswirkungen haben. Das erste Beispiel ist E-Health. E-Health ist also ein großes Thema und kann uns zum Beispiel großartig unterstützen, indem der Arzt, der uns in Zukunft behandeln wird, einfach viel mehr über uns weiß, viel genauere Aufzeichnungen hat und dadurch auch viel besser und genauer auf das dementsprechend reagieren kann. Das wäre also das Wunschdenken und deswegen beginnt man auch die Daten zu sammeln, aufzuzeichnen und hat also diese auch immer parat. Jetzt nehmen wir die andere Seite. Wir wissen jetzt alles über die Menschheit. Wir wissen also ganz genau, wie sie sich ernähren, wie sie sich sportlich betätigen und dann muss man natürlich irgendwann die Idee entwickeln, wenn sich jemand weit außerhalb dieser Norm bewegt, ob man dann dem die gleiche Leistung noch zukommen lässt, also die gleiche medizinische Leistung. Heißt das, dass in Zukunft zum Beispiel jemand, der weniger Sport betreibt als die Norm, dann vielleicht auch selbstverständlich weniger medizinische Leistung in Anspruch nehmen kann, weil er selbst ja etwas leichtfertig vielleicht mit seinem Körper umgeht. Und das ist ein dramatisches Problem eigentlich, weil wir könnten uns da in eine Mehrklassengesellschaft bewegen, also gar nicht so sehr nur wer es sich leisten kann, sondern nur wer so tut, wie die Norm ist. Mit großen Fragezeichen, wer legt diese Norm zum Beispiel auch fest? Und verletzt das zum Beispiel nicht? Also das verletzt definitiv also das Gleichheitsprinzip, das wir also ganz gesetzlich in unserer Demokratie verankert haben. Also das wäre so ein Beispiel aus dem E-Health-Bereich, der zurzeit also sehr stark diskutiert wird und wo wir schon sehen, dass natürlich aus finanziellen Gründen verschiedenste Interessensgruppen durchaus Interessen haben, für nur gewisse Leistungen zu zahlen, wenn etwas anderes erfüllt ist. Nächstes Beispiel ist zum Beispiel Flugbuchen. Also wenn man, besonders also Fluggesellschaften sind manchmal sehr erfinderisch und das ist natürlich sehr günstig, wenn man jetzt hergeht und so einen Account bei einer Fluggesellschaft hat, man weiß ganz genau was der Kunde möchte, man kann ihm ganz entsprechende Angebote schaffen, es wird ihm auch empfohlen, es werden also für ihn Kombinationen gesucht und so weiter. Daher macht es durchaus Sinn, seine Flugdaten oder auch nur sein Buchen quasi online zu erfassen, in Zusammenhang zu bringen. Auf der anderen Seite könnte die Fluggesellschaft natürlich drauf kommen, naja, wenn ich weiß, also der fliegt hauptsächlich auf diesen Strecken, das kann ich, dieses Angebot mache ich etwas teurer und dem anderen, den hole ich mit einem Zuckerl her. Das heißt, für die gleiche Leistung unterschiedlicher Preis. Und das ist natürlich auch eine Frage, will sich also die Gesellschaft also jetzt also dorthin entwickeln und sagen, okay, also es gibt also nicht mehr die, es gilt für jeden, gleiche Leistung, gleicher Preis ist damit also aufgehoben. Auch was zum Beispiel als drittes Beispiel anstellt, sind Drohnen. Das ist etwas, das momentan so eine sehr gehypte Technologie ist und jeder viel Spaß hat und auch gänzlich neue Perspektiven jetzt also rein filmisch mit sich bringt. Man kann also hier irgendwie mit Flugkörpern in die Höhe starten, kann also ganz tolle Aufnahmen aus der Luft machen, vielleicht sogar neue Dienste erfinden, wie Amazon versucht, also auch noch Briefe und Pakete zuzustellen. Auf der anderen Seite ist es also relativ günstig und einfach, also hier Kameras anzubringen und einen Knopf zu drücken und quasi also auch generell alles zu filmen. Und das würde also mit anderen Worten heißen, wir haben also einen perfekten Überwachungsstart, wenn wir so genug Drohnen haben, können wir also alles zuschauen, überwachen und aufzeichnen. Und diese Daten sind also digital vorhanden. Also auch hier wieder einerseits das tolle neue Service, auf der anderen Seite beginnen wir also massive Verletzungen der Privatsphäre. Und zu guter Letzt, also das letzte Beispiel, das ist also mein fast Lieblingsbeispiel in diesem Zusammenhang, sind die selbstfahrenden Autos. Ich sehe selbst also ein sehr großes Potenzial, also in diesen selbstfahrenden Autos. Also quasi man braucht also kein Taxi mehr, sondern man bestellt sich online, also dieses Auto, das wird automatisch optimiert, man steigt das einfach zu, das bringt dann an den Punkt, wo man hin will. Es wird weniger Unfälle geben, weil man so das viel mehr berechnen kann. Und dann ist aber schon der Nachteil, es wird auch Unfälle geben, weil also man nicht alle Situationen also praktisch und perfekt lösen können. Und das Gedankenspiel ist jetzt folgendes, also ich fahre, mein Auto erkennt, dass es einen Unfall machen muss, also es ist unausweichlich, weil es natürlich auch das andere Auto kennt und das ihm die Daten übermittelt und sagt, ja, Kollision ist also jetzt unausweichlich. Was passiert dann eigentlich? Wer entscheidet jetzt, wie die Kollision auszuschauen hat? Entscheidet mein Auto, dass es zum Beispiel von der Fahrbahn abkommt und gegen einen Baum fährt? Dann würde ich mir vielleicht das Auto nicht kaufen, wenn sie sich gegen mich entscheidet. Oder wie ist es dann, im anderen Auto sitzen weniger Personen als bei mir, deswegen fahren wir dem anderen Auto rein, weil da stirbt vielleicht nur eine Person. Wer hat das vorgegeben, ein Programmierer? Wer ist damit rechtlich belangbar? Und das sind also Probleme, die auf uns zurollen und die wir in dieser Dimension vielleicht noch gar nicht durchgedacht haben. Und das ist das, was wir meinen, also mit dieser kritischen Reflexion und auch Diskussion. Das heißt, also wir bekommen viele neue, gute Dinge, Maschinen an unsere Seiten gestellt, die intelligente Entscheidungen und vielleicht Situationen viel besser erfassen können, als der Mensch es kann. nur trotzdem bleibt etwas über, wo wir die Kontrolle haben müssen. Und wenn es niemand gibt in der Gesellschaft, der sich um das kümmert, dann haben wir natürlich hier ein Riesenproblem. Das heißt, die Kritik, die wir derzeit sehen, die Gesellschaft hält also diesen technischen Entwicklungen, deren Geschwindigkeit, also kaum mehr Stand. Es kann sich nur mehr wenige Personen wirklich immer wieder erkundigen und schauen, also was macht das mit uns? Was passiert hier eigentlich? Wer hat die Hoheit über Daten? Wer darf wo zugreifen? Was darf man damit genau machen? Und ich sehe auch hier sowohl auf der politischen Ebene als auch auf der Bildungsebene leider Gottes noch sehr wenig Bewegung. Und das führt mich dann also auch zu meinem Thema, dass ich selbst nachher ein eigenes Thema habe zur Medienbildung, wo ich sage, wir müssen viel mehr agieren und Personen aufklären, mit Personen diskutieren und ihnen auch verständlich machen, wo die Probleme in der Zusammenführung von Daten sind und das auch in der maschinellen Verarbeitung. Ja, ich möchte also mich vor allem jetzt auch bedanken bei vielen Experten und Expertinnen, die sich hier freiwillig bereit erklärt haben, einen Beitrag zu diesem Kurs zu leisten. Wir haben die deswegen eingeladen, weil sie das noch pointiert und noch besser darstellen könnte, als ich das könnte, weil ich natürlich auch nicht in jedem Gebiet der Experte bin. Und ich habe sie wirklich gebeten, ihr Interview auch mit einer provokativen These zu versehen. Also nicht einer, wo man sagt, das ist jetzt Stand der Technik und das ist etwas, das uns so wenig umrührt, sondern ich wollte eine provokative These, eine Voraussicht auf die Gesellschaft und das auch eine Botschaft von ihnen haben und das haben wirklich alle versucht. Ich bedanke mich also an dieser Stelle recht herzlich. Es ist nicht selbstverständlich, also sich auch bereit zu erklären, also hier mitzumachen und ich hoffe, dass das auch etwas auslöst und zu Diskussionen und zum Denken anregt und man also wirklich hergeht und diese Dinge ernst nimmt und darüber nachdenkt, also welche Auswirkungen es sind. Das heißt nicht, man muss der Meinung des Experten sein, das soll jetzt nicht so sein, aber man soll das durchaus ernst nehmen und darüber nachdenken, also was passt, was passt mir nicht und was hat das für eine Auswirkung. Und das ist also immer das, was dieser Experte dann darstellt, ein Themengebiet und uns also näher erläutern wird. Ich möchte also, wie gesagt, an dieser Stelle noch einmal ein ausdrückliches Danke sagen für die vielen Stunden, die Sie uns da zur Verfügung gestellt haben. Ja, also die Lehranferanstaltung an sich ist so konzipiert worden, dass es einmal für die Technische Universität Graz ist, für Studierende aus den Studien in Richtung Informatik, Telematik und Softwareentwicklung. Die Studierenden dürfen auch begleitend noch Übungen machen, die aber den öffentlichen Teil also hier nicht beeinflussen werden. Und gleichzeitig war durch die Konzeption also auch gedacht, also die Sicht von außen, also von Personen, die jetzt keine Studierenden mehr sind, aber sagen, das interessiert mich sehr und uns auch Rückmeldungen in die Lehrveranstaltung geben. Also mit der Idee, dass Studierende sehen, wie die Gesellschaft an sich bereits an diesem Thema interessiert ist, darüber denkt und vielleicht auch so noch mehr sieht, wie Digitalität und die Informatik Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Meine Studierenden sind die, die die Gesellschaft von morgen tragen werden, die also dann mit ihrem Wissen natürlich, informatischen Wissen, diese Dinge auch programmieren werden, mit gutem Wissen und Gewissen und vielleicht kann man an dieser Stelle gleich eine gewisse kritische Stellung gegenüber auch neuen Technologien also hier nehmen. Der Kursaufbau ist so, dass wir pro Woche zwei Videos zur Verfügung stellen werden, manchmal vielleicht zu ähnlichen Themen, manchmal zu gegensätzlichen Themen. Wir zum Teil Begleitmaterial ausgeben oder Hinweise auf weiterführende Online-Inhalte und dazu ein Forum eröffnet haben, wo wir einladen zur Diskussion, zum Austausch, um darüber nachzudenken, ob man vielleicht der Sichtweise des Experten zustimmt, ob man Beispiele findet oder ob das vielleicht ganz gänzlich anders gesehen wird. Und dann gibt es am Abschluss jeder Woche auch ein sogenanntes Self-Assessment, also einen kurzen Selbstüberprüfungstest mit Fragen, die im Multiple- oder Single-Choice-Format abgehalten oder dargestellt sind, wo man also selbst nochmal schauen kann, hat man die wesentlichen Teile des Expertenvideos also auch tatsächlich erfasst. Das ist also für die eigene Reflexion und das ist also durchzuführen. Und für die Studierenden, wie gesagt, geht es dann auf einer parallelen Plattform auch noch weiter mit den Übungseinheiten. Das wird also zehn Wochen lang durchgemacht und danach gibt es für alle, die also das wirklich bis zum Schluss durchhalten, an allen Quizzes teilgenommen haben und diese auch entsprechend erfolgreich abgelegt haben, eine Teilnahmebestätigung. Aber wie gesagt, wir freuen uns vor allem über Rückmeldungen, über anregende Diskussionen und das Thema also quasi wirklich auch in die Breite tragen zu können. Ich darf Ihnen zum Abschluss alles Gute wünschen, viel Spaß also mit den Inhalten und wie gesagt, ich wünsche uns allen also aufregende Wochen in diesem Online-Kurs. Danke sehr. Vielen Dank.